Ja, Mountainbike, wie der Name es sagt, kommt von den Bergen. Das heißt, die Fahrräder sollten möglichst dann in den Bergen auf dem Gelände verwendet werden. Und das ist ein sehr anstrengender Sport, der überwiegend aber, wie ich weiß, von den Jugendlichen oder jüngeren Leuten betrieben wird. Wir bevorzugen das Tourenrad oder neuerdings das Elektrobike. Wir sind hier in Mallorca in unserem Trainingslager. Wir trainieren gerade für die Mega-Valanche. Was für Süßigkeiten mag ich eigentlich? Obstriegel, Oreos, Skittles. Was? Du kannst keine Skittles? Oh, das war's. Ja, liebe Grüße erstmal an den Ben in Australien. Dann nochmal die lieben Grüße an den Ben. Die zieht sich wahrscheinlich gerade das Mittagessen oder einen Kuchen rein. Denn, ja, wir sind hier wieder einmal hart am Arbeiten. Wir sind hier gerade auf einem krassen Trail gewesen. Das werdet ihr dann im Video auch sehen. Ja, also mein Trainingspartner hat hier ein neues Rad. Sonntagruz V10F. Jetzt werde ich jetzt mein Rad testen.